Hallo zusammen, mein Name ist Mentor, ich absolviere eine Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt Fachrichter Kussdienst und bin im zweiten Lehrjahr. Hallo zusammen, ich bin Gennaro, ich bin auch im zweiten Lehrjahr als Fachmann Betriebsunterhalt Werkdienst. Heute zeigen wir euch einen kleinen Einblick in unsere Ausbildung. In der Ausbildung sind handwerkliche Fähigkeiten wichtig. Wir sind innen wie auch draus im Einsatz, zum Beispiel wenn man die Hecken schneidet, etwas bepflanzen oder die Reparaturen erledigt. Fachleute Betriebsunterhalt Haussdienst sind die Profis rund um die Liegenschaft der Sportanlagen oder die Schulhäuser in der Gemeinde. Wir sind zuständig für den Unterhalt der Gebäude und die Überwachung der technischen Anlagen, wie zum Beispiel die Heizung oder das Alarmsystem. Die Ausbildung bei der Gemeinde Tauwil bringt viele Vorteile. Wir haben sechs Wochen Ferien, super Arbeitszeiten und einen tollen Arbeitsplatz. Im Bergdienst sind wir vor allem in der öffentlichen Anlage der Gemeinde unterwegs und der Hausdienst kümmert sich um die Liegenschaften. Wir Lernenden werden sehr gut betreut und arbeiten mit einem tollen Team. Wir haben viel Kontakt mit der Bevölkerung und mit den Mitarbeitern. Bist du ein Teamplayer, körperlich belastbar, handwerklich geschickt, dann bewirb dich jetzt als Fachfrau oder Fachmann Betriebsunterhalt.